Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin Sauber Stolle, bin 61 Jahre. Und heute ist der Tag, wo ich zur Tafel gehe. Ich gehe jetzt zur Tafel auch, weil ich Kinder habe, die dann auch kommen. Und auch für mich alleine. Das sind zwei Euro, die man bezahlt. Also man spart eine ganze Menge. Und es gibt viele schöne Dinge. Ja, da sind manchmal Sachen bei, wo du denkst, mein Gott, die sind immer bei der Tafel. Das ist schon echt klasse. Hast du so einen kleinen Blumenkohl? Ja. Ja, der ist doch gut. Der hier ist gut. Ja, super. Danke schön. Möhrchen? Nee. Hallo. Ich brauche eigentlich nur, hast du so gemischte Tomaten da oben? Ich freue mich, wenn ich Brot kaufen kann oder mal ein kleines Leckerchen kaufen kann für mich. Und ja, wichtig ist auch eben halt Gemüse und Obst, ne? Dankeschön. Hast du Käse für mich? Ja, super. Was hast denn noch Schönes sonst? Ach, hier, die Linnensuppe. Ja. Die nehme ich mal mit. Noch eine Stulle für unterwegs. Ist das Möhrensalat? Ja. Ich habe viele durch die Tafel auch kennengelernt, die da hinterm Tresen sind, uns die Sachen geben. Mit denen rede ich auch mal ganz viel. Manchmal haben wir richtig Spaß auch, ne? Mit dem Messer, da tue ich mich so schwer. Das ist praktischer, ne? Da hast du noch gar keinen Blumenstrauß. Wie ich das erste Mal reingegangen bin, habe ich auch gedacht, darfst du da überhaupt hingehen? Wenn ich da heute so drüber nachdenke, das ist Quatsch, so was zu denken. Dafür ist die Tafel da, um uns Leuten so zu helfen, ne? Das war's. Das ist alles. So, das ist wieder geschafft. Erst sind wir rausgegeben, ne? Z. 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 Untertitelung des ZDF, 2020